Ich bin Dario Cardonao, Koch und Hotelier aus Mengedin in der Schweiz. Die Natur gibt mir sehr, sehr viel Kraft. Es gibt mir sehr viel Inspiration für die neuen Gerichte und auch für unsere Küche und für das, was wir jeden Tag machen. Vor zwölf Jahren habe ich es in Linehotel Cardonao mit meiner Frau zusammen eröffnet. Das wunderschöne 450-Jährige Engedinerhaus war früher ein Bauernhaus, in dem meine Mutter auch aufgewachsen ist. Schon mein Grossvater hatte einen schönen Gemüsegarten. Wir haben heute die Tradition übernommen und haben einen eigenen Gemüsegarten mit verschiedenen Sorten Gemüse und Saläte. Zusätzlich haben wir einen schönen Kräutergarten mit rund 60 Sorten Kräutern. Das Gemüse zu zelebrieren, sodass alle Aromen optimal zur Geltung kommen, das ist eine grosse Kunst. Und da brauchen wir natürlich ein Rohprodukt von aller bester Qualität. Es muss ein Grand-Grün-Gemüse sein und den finden wir in unserem eigenen Gemüsegarten, den wir jeden Tag hängen und pflegen. Das Gerichtgerieren zur Grand-Dame 2012 ist eine gewisse Herausforderung. Und die Grand-Dame 2012 bringt eine schöne Mineralität, eine schöne frische und eine leichte Säure. Sie passt wunderbar zu dieser Tomate, die auch eine leichte Säure bringt. Jetzt haben wir wirklich ein Grand-Grün-Gemüse, das mit dieser Grand-Grün-Gemüse zusammenpasst. Es ist hervorragend. Das Gerichtgerät Das Gerichtgerät Das Gerichtgerät Das Gerichtgerät Vielen Dank.